Was ist eine Skibox? Eine Skibox, allgemein auch Dachbox genannt, ist eine längliche Box aus strapazierfähigem Kunststoff, welche auf dem Autodach montiert wird und zusätzlichen Stauraum für allerlei Gepäck bietet. Für wen eignen sich Skiboxen konkret? Grundsätzlich kommen Dachboxen für alle in Frage, die mit dem Auto in den Urlaub fahren möchten und zusätzlichen Stauraum benötigen. Worin liegen die Vorteile und Nachteile von Skiboxen? Die mobilen Gepäckboxen bringen einige Vor- und Nachteile mit. Diese haben wir im Folgenden übersichtlich für dich zusammengefasst. Wie ändert sich das Fahrverhalten durch eine Skibox? Eine Dachbox hat Einfluss auf die Fahrdynamik. Das bedeutet, du musst dein Fahrverhalten anpassen. Wie montiert man eine Skibox? Damit du eine Gepäckbox auf deinem Auto montieren kannst, braucht es zunächst einen entsprechenden Dachträger, auch Grundträger genannt. Wie belegt man eine Skibox richtig? Für das korrekte Beladen einer Skibox gelten im Wesentlichen dieselben Vorgaben wie für das Beladen eines Fahrzeugs. Was kostet eine Skibox? Skiboxen gibt es in verschiedenen Preiskategorien. Je nachdem, welche Ansprüche du an deine Box hinsichtlich Ausführung und Hersteller stellst, kann der Preis enorm schwanken. Du solltest in jedem Fall darauf achten, dass deine Box eine gute Qualität hat. Damit sich die Investition auch langfristig auszahlt. Wo kann ich Skiboxen kaufen? Skiboxen kannst du sowohl online als auch analog im Fachgeschäft oder beim Autohändler deines Vertrauens kaufen. Beide Möglichkeiten haben ihre Vorteile. Wo kann ich Skiboxen leihen? Aufgrund der nicht unerheblichen Anschaffungskosten tendieren einige Autofahrer dazu, ihre Skiboxen zu leihen anstatt diese zu kaufen. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn du nur ausnahmsweise mit dem Auto in den Urlaub fährst und ansonsten andere Reisemethoden priorisierst, was kennzeichnet eine U-Bügelbefestigung. Eine U-Bügelbefestigung ist ein einfaches, weit verbreitetes Befestigungssystem für Gepäckboxen. Es wird vor allem bei Boxen im niedrigen und mittleren Preissegment verwendet. Wie funktioniert eine Schnellspannbefestigung? Die Schnellspannbefestigung wird ebenfalls für die Montage von Dachboxen verwendet. Gestaltet sich allerdings etwas komfortabler als die zuvor beschriebene U-Bügelbefestigung. Was charakterisiert eine Krallenbefestigung? Auch die sogenannte Krallenbefestigung stellt eine sehr benutzerfreundliche Möglichkeit zur Montage von Dachboxen dar. Wie funktioniert eine T-Nutbefestigung? Eine ebenfalls eher kostengünstige, aber auch etwas kompliziertere Möglichkeit zur Montage von Dachboxen bietet das T-Nutbefestigungssystem. Welche Verstaumöglichkeiten gibt es noch? Je nachdem, was du mit dem Auto transportieren möchtest, kommen verschiedene weitere Möglichkeiten als Stauraum in Frage. Wusstest du, dass die erste Dachbox wurde im Jahr 1935 in Amerika erfunden? Sie wurde mit Hilfe von vier Vakuumsaugnäpfen auf dem Autodach befestigt, welche später durch eine Schraubverbindung ersetzt wurden. T-Nutbefestigung sub projektivas Ja vak순 in Amerika erfunden, bonding nach einer Szene. Ja.